Musik 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 Diese Nacht sind beide einzigen Belmung von vorne, diese Nacht sind beide... Diese kurze Corona... Diese alten Mutter in W Narr... Sonderwiesel, acht undMEI Eilut Glanz des Morgen Lässt diesen Zaubermärchen sein Vielen Dank. Wir sind ja eine Band, die von verschiedenster Folkmusik auf der ganzen Welt beeinflusst ist. Und als nächstes Stück möchten wir gerne ein Folk, ein tresnales Folk-Stück für euch spielen, aus Frankreich. Denn dort gibt es eine keltische Musikkultur, die noch sehr lebendig ist. Und dort gibt es große Feste, bei denen getanzt wird, ein tresnaleser Tanz. Und diese Tanz nennt sich Andro. Und wir haben hier zu meiner Linken ein Instrument, zwar immer etwas empfindlich und zickig, aber trotzdem ist es aus unserer Musik nicht wegzudenken und ebenso aus dieser französischen Tanzmusik nicht. Und zwar ist das die Drehleier und sobald sie gestimmt ist, was sie jetzt ist, beginnen wir mit dem Andro. Und zwar ist das die Drehleier und sobald sie jetzt. Und zwar ist das die Drehleier und sobald sie jetzt. Und zwar ist das die Drehleier und sobald sie jetzt. Musik 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 Musik